Mein Name ist Peter Steger. Ich leite die Spagürich Produktions AG in Burgdorf in zweiter Generation. Es ist jedes Mal ein Highlight, wenn die frischen Heilpflanzen vom Biohof bei uns angeliefert werden. In der Herstellung steckt sehr viel Handarbeit, so bekommt jeder Ausgangsstoff volle Aufmerksamkeit. Das spiegelt sich dann auch in der Qualität von jeder von uns produzierten Essenz. Ich bin Michael Böhlen, ich bin Produktionsleiter von Spagürich Produktions AG. Wir stellen hier spagürische Essenzen aus Frischpflanzen und Mineralien her. Wir beziehen unsere Frischpflanzen vom Biohof zehn Fahrminuten von hier entfernt. Das ermöglicht uns jederzeit die Pflanzen ernten, frisch zu verarbeiten und so eine beste Qualität sicherzustellen. Spagürich Hersteller ist sehr aufwendig. Wir verarbeiten alle Pflanzenteile, wodurch die ganze Kraft der Pflanze freigesetzt wird. Durch dieses einzigartige Herstellverfahren wirkt Spagürich besonders ganzheitlich. Spagürich Hersteller Spagürich Hersteller Spagürich Hersteller